Schönen guten Tag Frau Dörr. Sie sind hier mit Ihrer Kollegin zusammen auf dem Stand und Sie haben mein Pflegeset. Was steckt hinter dem Produkt? Ja, bei meinem Pflegeset geht es um zuzahlungsfreie Pflegehilfsmittel. Das heißt, wenn einer einen Pflegegrad hat und zu Hause gepflegt wird, kann er eben diese zuzahlungsfreien Pflegehilfsmittel erhalten im Wert von 40 Euro monatlich und die Kosten übernimmt die Pflegekasse. Sie haben ja auch eine spezielle Messe, also hier pflegen Sie einen Angehörigen und Sie sind jetzt neu auf dem Markt mit dem Produkt? Genau, seit einem Jahr. Genau, etwas mehr als einem Jahr. Sie haben jetzt auch, das ist jetzt auch die zweite Messe, wo Sie dabei sind mit Ihrem Produkt. Sind Sie, sage ich jetzt mal schon vom Gefühl her, sehen Sie da schon den Bedarf bei den Besuchern? Auch die Nachfrage, sagen wir es immer so, der Bedarf ist mit Sicherheit da, aber die Nachfrage von den Besuchern? Ja, die Nachfrage und auch der Bedarf ist schon da. Also viele wissen es nicht, einige sind auch schon informiert und ja, der eine oder andere sagt natürlich, es kann sein, dass ich in diese Situation mal komme und dann ist es ganz gut, wenn man darüber informiert ist. Also Sie haben noch eine ganze Menge an Informationen unter der Leuchte zu bringen, sozusagen zu dem Produkt, weil viele, wie Sie schon sagten, wissen es noch gar nicht, welche Möglichkeiten gegeben sind. Genau, richtig, ja. Dann bedanke ich mich für die Information. Vielen Dank. Tschüss.